Mehr Säurepfeile, eine des Zauberflos, andere Pfeile, sie ist langsam voll mit Pfeilen. Die Bolzen plus zwei, Pfeile plus zwei, Wurfpfeil, Eispfeil. Und noch ein bisschen Tant für uns. Da war noch ein Frostriesenstärketrank. Hier rein. Okay, Gain ist verlangsamt. Ich wollte zwar nicht, dass ihr alle in der Gegend umlauft. Bingo. Schalter für eine Maschine. Chaos. Kugel. Feuerodem. Mal wieder. Okay. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Oh, Fasenspinnen und Golems. Nee, halt. Wir haben Fasenspinnen. Worum geht es diesmal? Mehr um keinen Bock zu reden. Sicher. Für aber natürlich, Schätzchen. Okay, Nähera ist vergiftet. Jetzt mache ich die Lage. Uff. Was ist es diesmal? Da ich so viele Heiltränke habe, werfe ich auch ein paar ein. Sagt an. Ja? Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, also allein schon diese Krieger-Skelette bringen ordentlich was in Erfahrungspunkten. Ja, aber wenn das euer Wunsch ist. Ja, aber wenn das euer Wunsch ist. Gute Fleischkohle. Gute Fleischkohle. Wie ihr hält, obwohl er auch ziemlich stark noch reinhauen kann. Wenn wir uns das so ansehen. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Außer hier oben. Außer hier oben ist irgendwas noch, was wir übersehen haben. Was hier in Dulax Turm gut sein kann. Für euch tue ich alles. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Bingo. Bingo. Wie auch immer Safana das geschafft hat, da nicht reinzutreten. Worum geht es diesmal? Die Weinpresse-Schwein funktionierensfähig zu sein. Braucht aber Energie, damit man pressen kann. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Ja, wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Dann gucken wir mal. Ihr habt das Rätsel's Lösung. Ich bin die Habsucht. Ich werde das Verderben über euch bringen. An diesem Ort der Verdammnis. Flupp. Der glänzende Bayhule ist weg. Doch ich schlafe noch immer. Das ist das Ding, was wir aufwecken müssen mit dem Gong. Ihr habt noch nicht, was ich benötige. Ja, mich dürstet es nach Bein. Okay. Ihr habt die Rätsel's Lösung. Ich bin der Stolz. Ich bin der Fluch dieses Ortes. Mhm. Worum geht ihr? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Sprecht. Ich werde mich im Handum drehen, darum kümmern. Ich jammer, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. So, hier sind noch mal Pfeile drin. Das hier ist verschlossen. Noch mehr Heiltränke. Also ja, Säurepfeile. Ihr habt geläutet. Ich tue es. Heiltränke. Schmuck. Wenn das euer Wunsch ist. Fallen an den Bücherregalen. Die Geschichte der Dwao. Die Geschichte von Kondogal. Ja, wie ihr wünscht. Okay, was haben wir hier? Zauber gelernt. Zauber gelernt. Den können wir nicht lernen. Das sollte nicht zu dir gehen. Das ist ein... ...wie ein Riesenstärke-Trank. Beißender Bolzen. Jetzt auch noch das. Und einser Kugeln. Irgendwie machen wir hier Ordnung. Für, wenn das euer Wunsch ist. Okay, höherer Doppelgeber. Nur zu fragen. Ich tue es. Dummdi-Dum-Dum. Dummdi-Dum. Da war sie zu nah dran. Oh, jetzt. Worum geht es ihr braucht? Nur zu fragen. Basse bleibt zurück und gebt acht. Wenn das euer Wunsch ist. Autsch. Ich tue es. Okay, ein bisschen weiter rein sollte gehen. Ja, ein bisschen weiter rein geht. Das war wieder Self-Kill. Aber ich hätte da was. Eine Idee. Nee. Davon habe ich nur zwei. Wie ihr wünscht. Aha. Ich tue es. So. Na. 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 Hörst du auf, Nehrer? Stehen bleiben. Nein. Aus. Böse, Nehrer. Warum willst du da nicht reinschießen? Du siehst da rein. Herrgott. Komm, ich will das irgendwie so schaffen. Irgendwas braucht man diesen Stab hier. Das ist wieder zu nah. Ja. Okay. Einen haben wir tot. Hinten haben wir tot. Ich kapier's nicht. So. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Was haben wir hier? Was war's hier drüben? Und hier? Haben wir den Schlegelkorb. Juhu. So, Nehrer konnte den Zauber lernen. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern. Das heißt, wir können jetzt in die Schmiede gehen. Und dann den Gong schlagen. Yay. Naja, nicht mehr lange. Tringen wir die letzten Level-Ups. Worum geht es diesmal? Der Gongschling ist repariert und kann benutzt werden. Mhm. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen, darum kümmern.